So, ich sitz hier mit Thomas. Ja, hallo! Wir haben uns heute mal hier verabredet, hier auf dem noch nicht gefahren. Ja, lass dich überraschen, ich bin ja schon ein paar Mal gefahren. Mal gucken, was hier wieder verändert worden ist. Und ich bin ja schon froh, dass sie überhaupt fährt. Und ja, wir sehen draußen, wenn wir mal gucken, doch hier eine ganze Menge los. Was ja auch gut ist. Und Fahrpreis ist auch sehr zivil. Also, wie gesagt, wir haben noch bis 8. Dezember Zeit, hier vorbeizukommen und die Geisterpaprik live zu erleben. So, lass uns mal. Das ist schon faszinierend. Achso, du kannst deine Waffe ja schon in dir annehmen, weil du musst nicht gleich schießen sollen. Ja, nicht auf mich. Du siehst hier schon die Punkte da. Wie ist der Punkt? Hier mein Punkt da. So, und da unten ist schon die erste Tonne. Siehst du Infinity da hinten? Ja. Ja, da fahr ich auch nicht. So, es geht los. Ja, normalerweise siehst du den roten Punkt. Einfach schießen. Da ist der Punkt. Und da sind jetzt überall Punkte. Und da musst du drauf, einfach drauf schießen. Wenn du Glück hast, triffst du was. Dann kommt was raus. Ich hab noch nicht einen Punkt. Oh, ich bin das. Ich habe noch nie gesehen. Boah, ich mag nicht diese Folien. Ja, Thomas! Ja, gut! So, Achtung! Ja, das ist blöd, weil die Punkte sind so dunkel. Die siehst du gar nicht so richtig. Wer seid ihr? Hast du ihn gesehen? Ja, da kommt noch einer! Hier, hier! Hier fahrst du den Meister! Aber es ist nicht nur einer! Seid zum Sterbe! Viel Glück! Und jetzt auch keine Ruhe! Ja! 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 Ja!